Toni und ich legen jetzt los. Ja, wir fahren nach Gommon. Ab zum Gommon Steinbruch. Wir sind endlich mal geschafft, den Anker zu holen für das kleine, dezent überfüllte Schlauchboot. Und er quatscht mir dazwischen. Jetzt quatscht er mir hier ins Video rein. Das ist doch nicht normal mit dem Typen. Angeln sind draußen. Hier für Barsch. Und da, wie man sieht, für Hecht mit Blut und Wettbewerb. Das ist der Toei von Kenobi. Wir sind guter Dinge. Schönes Wetter haben wir auch. So, nach einer Minute angeln, der erste Barsch. In another place on the space and time. Gut. Sehr schön. Der nächste. Sehr schön. Sehr schön Toni. Die Unterlippe. Sehr schön. Ha, 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 ha. 2. Yay. Es geht ja Schlag auf Schlag. Und wieder so eine Granate. Wie ist das eine Kürsche? Wo war so eine Ding? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017